yes und wir haben den 27 frühling good morning ich würde sagen upgrade für axt oder okay die zwei sachen bringen wir weg das bringen wir weg das schwert können wir verkaufen ja ich glaube auch das schwert kann man verkaufen das ist in der anderen kiste slime kannst du hier reinpacken und dass du da genau das auch dieses fiber die mixe zieht stone genau die bombe kann hier rein die algen hat mir glaube ich in der anderen truhe ja dann findet man schneller die sachen und den rest kann man weg bringen ach so und am besten gleich mal nach den hühnern gucken das habe ich gar nicht gemacht ob die noch heu haben ich weiß ja nicht wie viel die fressen die beiden ich habe was vergessen bachen für die ich glaube ich glaube ich so dann gucken wir mal ganz kurz so ein täubchen bühnchen entschuldige okay wir haben noch zwei okay also eins pro tag im moment ja gut dann starten wir ich habe ich jetzt ne ich habe ja ein rucksack mal jetzt durcheinander ja du hättest die andere oder so mitnehmen können ich glaube wir fangen mal an alles mitzunehmen an werkzeug was wir so haben weil der rest geht ja dann in die tasche wir haben wir jetzt mehr platz als benötigt cave carrot haben wir sogar kannst also annehmen und dann abgeben zu pierre wir wissen ja wo pierre ist wie kann ich das akzeptieren so drück mal b b b genau ach so soll ich nochmal zurück oder was ne 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 mach ruhig erstmal den aber der schmied ist eher so neun oder also ich gehe ich noch mal zurück kurz dann kann ich auch das andere werkzeug mitnehmen und die cave carrot wie viel denn eine glaube ich zumindest kann aber gleich noch mal im quest journal abgucken so warte ich habe alle ähm da die hacke die hacke brauchen wir aber nicht oder im moment nicht ne aber im sommer halt wieder ja was noch den rest brauchen wir eigentlich nicht die da ne mit x genau und was was du machen könntest ist das schwert noch eben verkaufen kann man nicht kann man nicht okay dann können wir es kaputt machen ne dann schmeißt es weg okay das heißt wir müssen einmal zum schmied einmal zu gunther und zu pierre hier ist ja gleich oben also ich geht so gerade drüber hier zu pierre dann zu den dann zu günther und dann gehe ich jetzt mehr mal vielleicht aber nur vielleicht aber nur vielleicht ein bisschen angeln üben ist das ätzend so pierre gut doch in die hand nehmen hallo ja you brought me the item i asked for a really appreciated it here is your payment as promise ich nehme das dann mal an unsere letzte aufgabe die wir haben ist 40 level in der mine zu schaffen dann haben wir kein okay wir können ja jeden tag eine quest annehmen ja dann können wir hier quests annehmen und dann haben wir ja noch so andere aufgaben in dem community center gewisse sachen anpflanzen und fische fangen und fische fangen und slimes willst mich echt foltern oder so ja wir müssen halt ne früher oder später müssen wir ja ich kann es auch machen upgrade tools und du wolltest die axt erst mal machen und du wolltest die axt erst mal machen ok still working on your copper wax it won't be ready today wir haben also heute den ganzen tag keine axt und wir können bei ihm auch nichts mehr mit den geoten machen ja dann kannst du ja was anderes machen wow müssen wir die geoten dann anders abgeben ja gut aber so wichtig und notwendig ist das jetzt zum glück nicht das ist das haus von elliot das ist immer noch das haus von elliot haus sind muschel oh was ist das denn da ist das wieder eine aus da sieht ein bisschen anders aus ne jetzt eine mussel eine miesmuschel oder was ist das eine miesmuschel oder was ist das eine mopfel hm hm ja du musst die angel dann auch in die hand nehmen sonst kannst du nicht angeln ne ich hab nur gerade überlegt soll ichs machen soll ichs nicht machen hm 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 Okay, können wir also verkaufen oder so? Ich weiß es nicht. Okay, ganz schnell A drücken. Seaweed, das können wir behalten. Das wollte schon mal jemand haben. Okay, also A. Ganz schnell. Weil mit X würde man ja die Angel wieder reinholen, ne? Die ist noch nicht geklappt. Du musst jetzt mit dem grünen Balken auf dem Fisch bleiben. Fick dich! Okay, ich versuche es noch einmal. Das hätte es jetzt gerade aber locker schaffen können. Der hat sich ja noch nicht mal bewegt. Du hast nur den Balken weggeschoben. Was ist das denn? Soggy newspaper. Okay. Mal mit irgendwas machen. Trash. Okay, this is trash. Das ist einfach nur eine durchdrängte Nachrichtenzeitung. Echt? Ich kriege die Krise, Leute. Du darfst ja auch nicht X drücken. Hast du doch selbst jetzt rausgefunden. Du musst A drücken. Hast du zumindest gesagt, du hättest A gedrückt. Außer du weißt selber nicht, welche Tasten du drückst. Das ist schwierig. Komm schon. Gute Nacht. Und jetzt. Und jetzt. Nein, nein, nein. Ich denke, du musst A drücken. Warum drückst du denn dann X? Was machst du jetzt? Da hinten angeln. Falsch! Ich denke, du musst A drücken. Ja, warte, Chef. Jetzt kann ich dich nicht so schön ärgern. Ich habe A gedrückt. Du hast X gedrückt. Ich habe es genau gesehen. Ich habe genau darauf geachtet. Du hast blau gedrückt. Nein, ich habe A. Nein, nein, nein. Du bist mit deinem Baum über beiden gewesen und du hast den blauen mitgedrückt. Ja, ja. Es funktioniert nicht. Hast du jetzt gedrückt oder ich? Ich, ich habe beide gedrückt wieder. Okay. Soll ich das mal mit der Maus probieren? Genau. Ob man nur die linke Maustaste vielleicht drücken muss? Dann wäre das ja... Oh, Max. Boah, Max. Okay, das ist ein bisschen einfacher. Jetzt musst du das aber machen mit A. Einfach beim Fisch bleiben. Du darfst nicht so feste drücken. Du darfst nicht so feste drücken. Du musst soft immer ein bisschen so A, A, A. Das habe ich beim letzten Mal nämlich auch gemacht. Besonders, wenn der Fisch so hoch geht. Weil du hast ja diesen grünen Balken und der muss immer in Fischnähe bleiben. Links. Links, ja. Was ist denn so eine Kacke? Da passiert nichts. Willst du mich verarschen? Ich muss an der Maus sein. Ich will einen verfickten Fisch haben. Dann musst du das mit dem Fisch gleich auch anständig machen. Dass du den grünen Balken dann auf dem Fisch liegen lässt. Was machst du denn jetzt? So. Positionswechsel. Ja. Brocken CD. It's a yoja.net.2.0 trial CD. Auch Trash. Komm jetzt. Können wir gehen? Ha. Kriegst du nicht so ganz hin, ne? Fick dich. Ganz ehrlich, ich habe die Schnurze vor. Das ist doch gar nicht so schwer. Du hast einfach kein Feingefühl, was sowas angeht. Hm. Ich habe keine Feinmotorik. Ne. Das habe ich noch. Das merkt man ja auch. Ja, ich habe eine Grobmotorik. Deswegen bin ich ziemlich grob. Ja. Penny. Soll ich das jetzt wirklich vorlesen? This is such a small town, you can't avoid meeting everyone. Boah. Yay. Das ist eine kleine Stadt, man kann einfach nicht... I wonder what it's like to live in the city. Die fragt sich, wie es ist, in einer Stadt zu leben. Kannst du ja die Brille geben oder so. Oder die CD. Gib mir die kaputte CD. Echt? Soll ich mal machen? Ja, ja. Mach mal. Boah, wie schnell die weg war. Du nimmst... Du nimmst nur die CD in die Hand und ganz schnell weg, 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 weg. Jetzt muss ich aber weg. Hi, girl. Hey, da ist Lea. Lea, 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 Lea. Lea, 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 du wunderschöne Frau. Lea, 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 du wunderschöne Frau. Lea, 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 du wunderschöne Frau. I love to decorate for the different seasons. Sie liebt die Dekoration. Das ist doch cool, dann können wir wieder Dekoration schenken. Sommer oder Frühling? Was ist jetzt Sommer, ne? Jetzt, äh, bald ist Sommer, noch ist Frühling. Mal weiter drücken. Hm, hab ich irgendwas Tolles da? Gib ihr ne CD. Ne Muschel? Ja, dann gib ihr ne Muschel. Hier, schau mal hier. Thank you. Wow. Lea, fickt es. Eine Muschel. Die will halt eher sowas wie ne Perle aus einer Muschel haben. Nothing's better than kicking back with a gold one after relaxing day fishing. Na ja, ich mag nicht fischen. Ja, ja. Ich bin deprimierend. Deprimierend? Ja, ich bin deprimiert. Ach, deprimiert. Keine Frau will mich haben. Ich kann Angel nicht. Ich hab vergesst, nach meinen Hühnern zu gucken. Ne, ja, ja, das hat's doch gemacht. Hab ich. Ja, hast doch gesagt, zwei Heudinger waren noch da. Wasser ist auch noch drin. Hallo. Aber keine Eier. Das sind doch Küken. Ach so. Du bist auch auf die Welt gekommen und konntest gleich Hühner brüten, wa? Ja klar. Ich hab Hühner gebrütet, nicht die Eier. Ja, du scheißelöse Scheiße. Ja, ja, ja. Ne. Ja. Sehr gut. Wann ist denn endlich scheiß Sommer? Noch zwei Tage. Musst du mir in der Aufnahme husten? Ja. Nein. Die Cola möchte ich aufheben. Ja, tu dir mal da rein. Und nein, ich möchte, dass... Da kommt doch die Axt hin, oder nicht? Ach so Scheiße, stimmt aber was. So. Warte. Hammert dann jetzt. Warte. So. Nice. Bin zufrieden. Okay, dann. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.